Hallo Rüdiger! Ich habe auf meiner Facebook-Seite neulich ein Hintergrundbild gemacht, ich mache fast jeden Tag ein neues Hintergrundbild und das ist von Sean Penn und das ist für meine Verhältnisse sehr viel geteilt worden, 115 Mal, für meine Verhältnisse ist das viel, also ich kriege keine Tausende. Ich lese euch das mal vor und frage euch, wo ist der Fehler? Da ist nämlich ein Fehler drinnen. Ich glaube, dass wir in eine Welt hineingeboren werden, in der sich niemand die Zeit nimmt, der zu werden, der er ist. Und all diese Menschen, die nicht sie selbst sind, verletzen die wenigen Menschen, die sich diese Zeit nehmen. Der Fehler liegt darin, dass jemand, der dann selbst ist, sich gar nicht verletzen lässt von solchen Leuten. Und die meisten Menschen auf Facebook lassen sich nämlich derzeit verletzen von solchen Menschen. In Facebook ist eine riesige Börse von Meinungen vertreten, die völlig daneben sind, was die Friedensmahnwachen angeht, was viele Diskussionen angeht. Ich frage mich ernsthaft, als Nichtkämpfer, als jemand, der das begründet hat, der das entwickelt hat, ich frage mich ernsthaft, warum so viele Leute auf so viel Müll ihre Torte legen, ihre gute Meinung legen. Ich würde das gar nicht machen. Ich würde mich in mein Kämmerchen nehmen, meine Torte essen und diesen Müllberg gar nicht besuchen. Aber die meisten Menschen besuchen diesen Müllberg. Das nur als Einleitung. Also ich möchte, dass ihr das echt nicht mehr macht. Geht euren Weg, aber auf Facebook ist dieser Weg nicht. Facebook ist eine gute Sache, um mal eine bestimmte Meinung zu sagen, aber diskutiert nicht stundenlang mit irgendwelchen Vollpfosten. Das bringt überhaupt nichts. Das bringt nur negative Energie in meinem Körper hinein und das werde ich nicht machen. Und das meine ich mit dem Fehler. Wer sein Selbst lebt, also ich tue das, ich behaupte das von mir, dass das, was ich sage, dass ich das auch tue. Wer sein Selbst lebt, der geht darin vorbei. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Mir ist das egal, wenn ich freue mich fast nur Faschisten. Es ist ja schon alles passiert. Ich habe ja jeden Begriff schon hinter mir. Und das interessiert mich gar nicht. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin in Friedricher Lenz. Und ich bin 24 Stunden am Tag mit mir zusammen. Seit 53 Jahren bin ich nur mit mir zusammen. Und ich muss mit mir leben. Das müsst ihr nämlich auch. Und wenn ihr alle mit euch leben wollt, dann braucht ihr keinen Abgleich. Was sagt Emil, Traude, Kurt? Was sagt er über mich? Wie denkt er über mich? So denke ich überhaupt nicht. Mir ist das scheißegal, was du über mich denkst. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur, was ich wirklich wissen werde in meiner Welt, um meine Lebensplanung zu vollführen, um meinen Lebensweg zu gehen. Der natürlich auch mit Lebensqualität zu tun hat. Dafür sind wir alle hier. Aber da muss ich Wachstum in mir generieren. Mit einem eigenen Wachstum. Und diesen Wachstum kann ich nicht generieren, wenn ich freiwillig jeden Tag 30 Stoppschilder dieses Wachstums aufbaue. Und das ist nämlich eine Antwort auf die Vollkosten zu geben. Das ist Stoppschild meiner Energie. Mache ich mit. Nö. Meine Energie, dran vorbei, weitermachen. Und nur so komme ich weiter und so komme ich hoch. Dann werde ich ein guter Musiker. Oder irgendwie, ne. Dann komme ich irgendwo zu einem Label oder sonst was. Aber wenn ich mich mit den Kritiken immer nur auseinandersehe, wie sollen die das wissen? Der einzige Mensch auf diesem Planeten, den ich ändern kann, dass ich meine Frau bin, meine Kinder, ist sie mein Vater. Das bin ich selbst. Ich kann nur mich ändern. Die anderen da draußen haben den Auftrag, sich zu ändern. Aber ich habe nicht den Auftrag, die zu kritisieren. Den Auftrag höre ich gar nicht. Es sei denn, ich gehe zum Beispiel zu John. John und ich, wir kennen uns ein bisschen. Und er sagt zu mir, Rudi, da musst du aber so und so. Hör ich mir an. Er hat so eine Karte von mir, dass er das auch darf, weil ich ihn für kompetent halte. Ja? Aber Trude da hinten oder Rüster da hinten, den hatte ich für inkompetent. Der kann sagen, ich will nicht, ich will ihn nicht. So zum Beispiel, der müsste auch selektieren lernen. Wem kann ich meine Meinung geben, dem nicht. Und wem ist es eigentlich egal. Und wer darf mich kritisieren, der darf doch nicht. Das nur zur Einleitung. Thema heute wird für mich sein Menschlichkeit, weil das für mich ein sehr großes Thema ist. Wenn ich einen Wunsch hätte, eine Fee würde sagen, Rüdiger, du hast den Wunsch frei. Ich wäre eine Serie für dich. Dann würde ich ja sagen, gut, stell vor meine Nase Karl Marx und Charles Darwin. Denn die hatten in zwei Punkten vollkommen Unrecht. Und durch meine Theorie kann ich denen nachweisen, dass sie Unrecht hatten. Nämlich beide hatten in ihren Kampfteorien Unrecht. Karl Marx hatte eine Kampfteorie, die im Grunde genommen zu einem Motor der linken Bewegung geworden ist. Und diese Theorie besagt, jetzt ganz grob gesagt, besagt, dass die da oben unglaublich viel haben und wir da unten unglaublich wenig. Und es sei ein ewiger Kampf gegen die da oben, gegen die sogenannten Klassen anzukämpfen, um etwas Gerechtigkeit zu bekommen. Und mehr Gerechtigkeit zu bekommen im Sinne von Verteilung des Gesamten auf alle. Jetzt können wir aber eine ganz andere Antwort auf diesen Klassenkampf geben. Nämlich den, dass für alle genug da ist. Es ist für alle genug vorhanden. Es ist für zwölf Milliarden Menschen genug Nahrung vorhanden. Das bedeutet, dass der Klassenkampf, den die Linken als ihren Motor betrachten, dass der eigentlich ad absurdum geführt wurde. Und das verstehen die Linken überhaupt nicht. Die haben da keine Ahnung davon, dass es so ist. Zumindest die meisten nicht. Und deswegen kanalisieren sie ihr Kämpfenwollung gegen andere Gruppen. Und dann lesen wir im Internet ständig von irgendwelchen, nicht alle Linke sind so. Ich sage also, nicht alle Linke sind so. Sondern einige von denen sind immer noch so, die haben es nicht begriffen, dass sie den Kampf kanalisieren auf dich oder dich oder mich. Und dann sagen die, ja das ist eine verkürzte Kapitalismuskritik. Weil verkürzte Kapitalismus oder die volle Kapitalismuskritik sage ich zu denen, ist verkürzte Gewaltkritik. Da kommen die aber gar nicht mehr klar, weil sie was noch gar nicht gedacht haben. Und weil ich das noch gar nicht aufgeschrieben habe. Deswegen sage ich, okay, kannst du mich verstehen, wenn ich dir das sage. Aber schreibe ich dir nichts mal auf. Weil das ist eine Tatsache. Das ergibt sich aus dem Fall der Theorie von Karl Marx. Und durch meine Nichtkampftheorie. Zu kämpfen, anzukämpfen gegen irgendetwas, halte ich für einen vollkommenen Unsinn. Das halte ich für etwas, was wir gar nicht machen brauchen. Wer nach vorne kommen will oder wer Dinge verändern will, kann nicht gegen die Dinge ankämpfen. Und wir können auch nicht, auch wenn viele große Friedensapostel oder Friedensführer auch der Vergangenheit, auch der jetzigen Zeit sagen, wir müssen aber kämpfen für den Frieden. Und ich sage, nein, wir müssen nicht kämpfen für den Frieden. Weil der Kampf, der in die Menschheitskultur reinkam, war ein Kampf eigentlich gegen sich selbst gerichtet. Nämlich gegen das übermächtige Ich, gegen die Ich-Kultur, die materialisiert, monopolisiert wurde. Die im Grunde genommen verdinglicht wurde. Das ist eigentlich das Ich. Das Ich ist ein gierhaftes Subjekt innerhalb meines Gehirns. Das sage ich jetzt mal ein bisschen platt. Und dieses kämpft ständig gegen meine innere eigene Natur eigentlich an. Und diese innere Natur nenne ich das eigene Selbst. Und dieses Selbst, das kennt ihr alle aus dem Buddhismus oder aus sonst irgendwelchen Religionen oder irgendwelchen Philosophien. Oder auch aus vielen psychologischen großen Schulen, wie jetzt meinetwegen Erich Fromm oder Arno Groen und Co. Die sagen nämlich, dass der Kampf völlig am Hamsinns ist. Dass man gar nicht gegen dieses eigene Selbst ankämpfen sollte. Denn unsere ganze Kultur besteht daraus, dass wir haben, 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 haben möchten. Immer noch mehr. Und diese Haltung, die sich in das Materielle hinein verästelt hat, wie das Muezil eines Pilzes, was seine Wurzeln sind, der durchs ganze Haus wandert, aber wir sehen nur den schwarzen Fleck. Aber wirklich hat das Muezil 30, 40 Meter im Mauerwerk drin. So ist eigentlich unser Ich gebastelt, gebaut für diese Kultur. Und das müssen wir aufgeben und unser eigenes Selbst aufbauen. Und das hat mit der Friedenstheorie zu tun. Und ich sage euch, und da könnt ihr mir sagen, dass das heute ist mir egal, ich sage euch, dass das eine erheblich wichtigere Theorie ist, als die, den Krieg dieser Mächte zu begutachten und geostrategische Sätze zu schreiben. Das führt zu gar nichts. Das führt nämlich dazu, dass wir alle aufgeklärt sind. Aber diese Aufklärung, behaupte ich mal, ist schon längst geschehen und da ist schon alles bei. Schon alles da. Wir wissen, wo der Feind sitzt, zumindest der äußere Feind. Aber wir achten überhaupt nicht darauf, wo der innere sitzt. Das sind nämlich wir selbst. Das ist dieser innere Feind. Und diese Theorie, die ich habe, die nenne ich halt nicht Kampfprinzip. Das ist eine ziemlich große Theorie, die ist auch sehr psychologisch und sehr sozial und bedeutet halt eben, dass wir gegen uns selbst eigentlich am meisten kämpfen. Wir kämpfen gegen dieses Ich und gegen dieses eigene Selbst. Und herauskommt in unserer Kultur nur dieses, ja, dieses ganz magere Ich, was eigentlich unsere Bedeutung hat oder so. Und das ist es überhaupt nicht. Wer den Frieden haben will, wer den Frieden haben will, das nützt nichts, wenn ich zu Angela Merkel gehe und sage, Also du, du bist doch eine ganz böse, schlimme Frau, du sollst mal den Frieden haben. Ich demonstriere jetzt vor deinem Haus und wir sind 100.000, 500 Millionen meinetwegen. Egal wie viel. Angela Merkel sagt, mach mal die Fenster dicht, ich muss arbeiten. Den Frieden kann man nur selbst erreichen. Man kann den Frieden nicht auf andere Menschen drücken. Ich kann den Frieden nur selbst leben und dann eine Oase des Friedens sein und dann ausbauen. Und das meint John Benedict ständig, wenn er sagt, wir müssen diese Bewegung auch als eine therapeutische Bewegung betrachten. Nämlich als eine selbsttherapeutische Bewegung. Das ist eine zentrale Theorie von mir und das ist eine zentrale Theorie, die in den Friedensbewegungen viel zu wenig Beachtung findet. Und ich werde langsam wütend. Ich bin seit über einem Jahr bei der Friedensbewegung und reiße mir den Arsch auf für diese ganzen Theorien. Und am Ende kommt immer nur Geostrategie heraus. Die Geostrategie ist wichtig. In Rammstein zu demonstrieren ist sehr wichtig. Ist genauso wichtig. Da müssen wir hin. Ich sage nicht, da müssen wir nicht hin. Aber ich sage euch, ihr müsst auch endlich anfangen, euren inneren Frieden zu leben. Denn nur wenn ich mit mir selbst in Frieden bin, kann ich überhaupt Mitglied einer Friedensbewegung werden, wo ich ein Aktivist werde und sage, ich werde jetzt irgendwas für den Frieden tun. Es geht nicht auf anderen Wegen. Ich kann nicht sagen, das passt mir nicht und ihr sollt den Frieden machen. Das geht nicht. Das funktioniert in keiner Weise. Und dieses, weswegen wir den Frieden nicht haben, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir Charles Darwin geglaubt haben. Charles Darwin hatte die Evolutionstheorie Struggle of Life. Das heißt, dass wir und Arten und alles andere aus diesem Planeten gegen alles und jeden ankämpfen muss, um sich weiter zu entwickeln. Größere Clown in Konkurrenz zu anderen Clown, schlärfere Krallen in Konkurrenz zu anderen Krallen und so weiter. Kognitive Systeme und cerebrale Systeme und so weiter. Den Kampf gegen andere Arten. Und diese Theorie, die hat Charles Darwin selber widerrufen, aber darauf haben die Wissenschaftler gar nicht geguckt. Denn diese Theorie hatte er von Malthus. Und Malthus war ein damaliger Adam Smith oder ein damaliger großer Wirtschaftstyp, großer Ökonom. Und das war Malthus. Und das hat er übernommen, weil seine Theorie in Konkurrenz zu einer anderen Theorie stand. Nämlich die von Alfred Russell Wallace. Das war ein Freidenker, der auch eine Evolutionstheorie hatte, der ständig seine Berichte zu ihm gebracht hat. Und diese Berichte in der Selektion und in der Auswahl und in der Artenvielfalt viel interessanter war als seine eigene. Und da hat er viel von übernommen. Und weil er schnell veröffentlichten musste, hatte er dieses Selektionsprinzip und musste das schnell machen. Aber er hat später widerrufen in seiner sexuellen Auswahl. Da hat er das widerrufen. Aber unsere ganze Kultur beruht darauf, dass den Kindern, und wir sind da durchgegangen, dass den Kindern, wo wir auch selber Kinder waren, durchgefleischt werden, durch den Kampfwolf, dass wir für alles, gegen alles, mit allem, der Wahlkampf, wir sind jetzt im Wahlkampf, wir müssen gewinnen. Was für ein Bullshit. Das ist ein ganz, ganz, das ist, wir müssen überhaupt nicht kämpfen. Wir müssen auch nicht um unseren Arbeitsplatz kämpfen. Wir müssen allerdings um unseren Arbeitsplatz kämpfen, wenn wir nur unser Ich haben. Wenn wir unser Selbst haben, müssen wir gar nicht kämpfen, weil dann werden wir viel produktiver. Dann machen wir nämlich das, was wir wirklich wollen. Dann machen wir das, was ich mache. Ich habe den Hauptschulabschluss abgebrochen. Heute bilde ich Psychologen teilweise aus. Die machen bei mir eine Zusatzqualifikation. Sozialarbeiter, Soziologen machen bei mir eine Zusatzqualifikation. Sehr viele Sozialtrainer machen eine Zusatzqualifikation. Also es gibt ganz, ganz viele Akademiker, mit denen ich in den letzten 15 Jahren zusammen bin. Professoren, Universitäten, Kongresse, etc. Ich will das gar nicht alles aufklären, weil es glaubt mir sowieso keiner, wenn ich das nur sage. Aber die sagen alle zu mir, Rüdiger, der Grund, warum du interessant bist, ist ja gerade, weil du nicht studiert hast. Du bist nicht versorgt, du bist nicht gehirngewaschen. Und das ist der Grund. Diese Kultur lässt uns alle in ein Gehirnwaschsystem hineingehen, aus dem wir überhaupt nicht mehr herauskommen. Warum? Weil wir die Wahrheitsbilder da rausholen und sagen, das ist aber wahr, das ist aber richtig, der Doktortitel, die Theorie. Die Einstandstheorie, lasst sie fallen, sie fällt. Die Heisenbergsche Unschärferealität, die Unbestimmtheitsrelation, die kann man unterwandern. Die kann man unterwandern. Die Kontentheorie basiert nur auf Postulaten, auf Annahmen. Die hat zwar ein ungeheures Gewicht, aber vielleicht hat es nur damit zu tun, weil wir die Vorstellungskraft dafür haben. Und deswegen realisiert sie. Ich habe keine Ahnung, was Realität ist. Wir glauben aber alle, dass eine Kultur wie die, in der wir leben, dass die die Wahrheit getachtet hat über Ämter, über Titel, über Doktoren, über Professoren. Nein, hat sie nicht. Es gibt nicht eine einzige Theorie, die nicht irgendwann fällt. Nicht irgendeinen Ismus, der nicht irgendwann kaputt geht oder nicht mehr existent ist, weil ein anderer kommt und der wichtiger ist oder besser ist. Und alle sagen, nee, das stimmt jetzt nicht. Und das ist mit der einsteinischen Theorie auch der Fall. Für die klassischen Prinzipien genügt sie noch. Ja, die spezielle, naja, weiß man nicht so richtig. Ja, und das ist mit allen Theorien so. Die ganzen ökonomischen Theorien sind wie Pädagogik Methodenwissenschaften. Das sind Methoden, die in eine wissenschaftliche Evaluation reingekommen sind, die dann so und so viele Pluspunkte kriegen und dann sagen alle, jawohl. Derjenige, der versucht, Pädagogik in ein empirisches Netz zu fassen, der wird für den Pädagogen gemobbt, der wird gecancelt, der wird in den öffentlichen Medien kaputt geredet. Und das ist Manfred Spitzer aus Ulm. Der versuchte mich dort, hat selber mit seinen Geldern was gemacht und versucht die empirische Pädagogik anhand der empirischen Hirnforschung, wie nämlich das Gehirnbildung versteht, darauf will er die Münzen. Aber die eingesessenen Pädagogen sagen in Deutschland, weil alle, das kann Gerhard Hüther genauso erzählen, die sagen alle, nö, lieber nicht, nö, besser nicht, nö. Warum? Weil diese Theorien, die Theorie, eine bessere Theorie wird nicht deswegen gewinnen, weil diejenigen, die die etwas falschere Theorie, die bessere erkennen, Nein, das hat Max Planck schon erkannt, die wird sich nur durchsetzen, weil die alten Typen sterben. So blöd ist der Mensch. Die müssen erst sterben, bevor die neuen Dinge rankommen. Und diese Unflexibilität hat damit zu tun, dass wir viel zu gehorsam sind. Wir sind viel zu sehr der Autorität hörig. Wir hören den Lehrern zu. Das ist schon eine Autorität. Kinder hören ständig ihren Eltern zu. Warum tun wir das eigentlich? Warum ist diese versteckte Autorität eigentlich ein solches massives Bollwert gegen Erneuerungen? Das ist ganz einfach. Weil wir von klein auf lernen müssen, akzeptiert zu werden von den Eltern, von den Erziehern, den Kindergarten, von den Lehrern, von den weiterbildenden Dingen, von den Bekannten, all diese Dinge. So, und wie ist der Mensch eigentlich groß geworden? Er wird groß in Akzeptanz zu der Autorität, indem er sein limbisches System, das heißt sein Gefühlsgehirn, abtöten muss als kleines Kind, weil er nur aufblicken muss zu Mama und Papa, hab mich lieb, hab mich lieb. Und dann sagt Mama, ja, wenn du das tust, hab ich dich lieb, wenn du das tust, nicht. Und so selektiert sich das limbische System in ein Win-Win-System, nicht in ein Win-Win-System, sondern in ein, was kann ich tun, damit ich es bekomme und was muss ich dafür abtöten, dass ich es bekomme. Und das gleiche Prinzip hat die Schule übernommen, durch die Noten, ich bekomme eine Eins oder eine Dex, ob das Richtige spielt keine Rolle, ob du was Besseres weißt, als in der Note drin steht, das ist ein Scheißdreck wert, interessiert keinen. Was du vielleicht wirklich könntest. Das wird ja nicht hervorgeholt. Was ihr wirklich könnt, das wird nicht gefragt. Das hat mit ihm selbst zu tun. Was ihr wirklich seid, was ihr wirklich könnt, was ihr wirklich werden könntet, das wird nicht gefragt. Das wird in 80 Jahren nicht gefragt. Wenn ihr nicht endlich selber dafür sorgt, dass ihr euch nicht mehr gefallen lasst, dass ihr nicht mehr Ja zu dieser inneren Autorität sagt, dass ihr nicht mehr Ja zu diesem inneren Gehorsam sagt. Ja, wir denken alle, so sind wir auch durch die Medien durchseucht. Wir sind durchseucht von den Medien, von diesen Schwarz-Weiß-Bildern von 33 bis 45. Da sind wir durchseucht, weil wir nämlich denken, das war autoritär. Ja, das war diktatorisch. Das war schlimm. Das war nur ein Arm des Bösen. Das war nur ein Arm des ganzen Systems. Das war nur ein Arm der riesigen Krake. Es war aber nicht die Krake selbst. Aber es wird so getan, als sei die Krake geschlachtet worden. Aber die hat sich weiterentwickelt. Weiterentwickelt in den Imperialismus, in den Finanzkapital-Faschismus und all diese Dinge, das wisst ihr alle, brauche ich nicht zu erzählen. Ja, und das müssen wir erkennen. Wir sind nichts anderes als Sklaven dieser Systeme und die müssen wir endlich durchbrechen. Und das könnt ihr nicht durchbrechen, indem ihr da oder da eine Demo macht. Das könnt ihr nur durchbrechen, wenn ihr euer eigenes Gefühlsgedächtnis und Gefühlsgehirn endlich zulasst, dass ihr euer Gefühle lebt und nicht nach dem Verstand, was hat das Auto für Sonderheiten, was hat die Frau für Besondere und so weiter. Nein, geht mal auf die ganz normale Emotionalität bei euch selber ein. Lockt eure Gefühle wieder raus. Und ich sage euch, ihr werdet eine wunderbare Reise mit euch selbst machen. Einen Besuch bei euch selbst anfangen. Und das ist total wichtig für die Weiterentwicklung dieser Friedensbewegung. Und was ich in den ganzen, deswegen wir so wenig, egal wo ich bin, wir sind ja jetzt weniger geworden, ja. Und warum das nicht so ist, hat nämlich nur damit zu tun, dass diese kognitiven Streitsysteme, die Streitsucht, die Kritiksucht, die hat gewonnen in der Bewegung. Die hat gewonnen. Und wir haben dabei uns selbst weiter verloren. Wir stabilisieren nämlich diesen Gehörsamen. Indem wir immer nur sagen, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht. Es spielt keine Rolle, ob du Recht hast oder nicht. Das dürfen wir gar nicht mehr fragen, ob einer Recht hat oder nicht. Wir müssen etwas tun, es machen, es leben, es nach außen bringen. Das müssen wir tun. Das ist viel wichtiger. Und das war von Anfang an die Essenz der Bewegung, die war, wir brauchen keine neuen Lieder. Du bist der Lieder. Deines Lebens, deines Weges. Ihr seid die Lieder, nicht ich, nicht irgendwer. Das ist mir, ich will doch kein Lieder sein, ich will nicht führen. Niemand von uns soll führen. Wir führen alle gemeinsam uns, unseren Weg, unsere Bewegung. Und vor allem uns selbst in die Welt, die wir haben wollen. Und wir fragen mich danach, was muss ich dafür tun? Was muss ich dafür tun? Oh bitte, lassen wir doch den Abschluss. Dann habe ich den Abschluss, dann kann ich es tun. Bringt euren Kindern diesen Lund nicht bei. Das ist wichtig. Bringt denen diesen Gehorsam und dieser Autorität nicht bei. Weg mit dieser ganzen Scheiße. Das bringt nur, dass wir genauso weiter wandern, wie die Wanderer, die jetzt vor mir gehen. Die gucken ein bisschen und dann gehen sie weiter. Sie müssen ja weitergehen, sind eine geschlossene Gruppe und müssen weitergehen. Haben die hier wieder auch. Die sind nicht böse, das weiß ich gar nicht böse. So sind wir ja alle. Wir werden genau alle dazu gemacht. Ja? Ich habe die ja gar nicht böse angemacht. Wir sind ja alle so. Sind ja nicht diese. Das war nur ein schönes Beispiel, weil die gerade so wandern und gucken, gucken, gucken. So ist es ja immer. Ja, auf welcher Mannbach ich bin. Wander, 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 guck, 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 guck. Fertig. Es ist immer das gleiche Spiel. Ich möchte, ich möchte wirklich ernsthaft, ich möchte ernsthaft, dass ihr endlich anfangt, nicht darüber nachzudenken, wie viele Drohnen morgen wieder in Afghanistan oder in Pakistan sind. Das bringt euch nichts außer Frust, außer dieses lähmende Gefühl, was soll ich denn machen, was kann ich denn machen? Was kann ich denn tun? Das bringt nur eins hervor, nämlich dieses gehorsame, abgestumpfte, abgewrackte, verpanzerte, emotionale, was wir alle in unserem Leben gelernt haben. Das bringt es nur zum Stillstand. Das bringt es nur in Reflexion zu uns. Was soll ich denn machen, was soll ich denn machen? Ich kann nichts machen. Aber ihr könnt unglaublich viel machen. Unglaublich viel. Ich sage das nicht umsonst, dass ich im Wirklichen, also ich mache heute die und die Dinge, aber ich habe meine Hauptschule abgeworfen. Das ist mein offizieller Bildungsabschluss. Mehr ist das nicht. Aber ich habe gesagt, fuck off, das interessiert mich in Scheißdreck. Mich interessiert die überhaupt nicht, was ihr da oben denkt, wie ich das zu machen habe. Ich mache es einfach, weil es mich interessiert und ihr werdet mich nicht daran hindern. Ich habe die Ketten des Geistes weggeworfen. Die habe ich nicht. Und die Ketten des Geistes, die sind viel, viel schlimmer als die Ketten früher an den Sklaven, an den Schwarzafrikanern, die nach Amerika kamen, die die Ketten da hatten, am Fuß und an den Händen. Diese geistigen Ketten sind viel, viel schlimmer. Als ich mit meinem Neffen den Film gesehen habe, Walküre mit Tom Cruise über Stauffenberg und Co. und so weiter, da hat er dann ganz staunend gesagt, Boah, wie viel Hitler, also wie viele Hakenkreuzfahnen haben die denn da gebraucht? Boah, hat er gedacht, das ist ja der Hammer. Wie blöd waren die denn? Da habe ich gesagt, du, heute sind die Intelligente heute. Das ist jeder lebende Mensch eine Fahne. Jeder lebende Mensch ist eine Fahne geworden. So ist das System nämlich heute. Und das sind die Ketten, die ihr sprengen müsst. Ihr müsst diese Fahnen, diese Ketten zu dem System, zu dem ihr euch gehörig fühlen wollt, sprengen. Ihr gehört nur einer einzigen Einheit oder eines System, das seid ihr selbst. Ihr gehört euch. Die großen Menschen in der Menschheitsgeschichte, die jetzt Gutes getan haben, ich nehme als Beispiel immer Gandhi, die haben das auch alle aus sich selbst heraus getan. Man sagt immer, oh, das kann ich aber nicht, was die können, das kann ich aber nicht. Ich sage euch, Gandhi hat noch gar nicht genug getan. Man kann noch viel mehr. Da bin ich fest schon überzeugt. Und in einer Gruppe, wo solche Menschen sind, die das zulassen, dass es so kommt, passiert ein Wunder, ein richtiges Wunder. Das kann passieren. Mein Name ist Ludger Lenz und mein Motto steht, Friede ist mein Weg. Ich hoffe, euer auch. Danke Kiel. Vielen Dank. Vielen Dank.